Bist du gerade verzweifelt auf der Suche nach der passenden Berufsidee für dich und egal, was du tust und egal, wie viel du immer wieder in deinem Kopf versuchst, Klarheit zu finden oder verschiedenste Übungen raussuchst, um Ideen zu brainstormen, die vielleicht besser zu dir passen könnten, egal, was du da tust, nichts führt zu einem tollen, positiven Ergebnis, wo du sagen kannst, wow, jetzt habe ich endlich mal eine Idee gefunden, wo ich das Gefühl habe, dass die auch wirklich zu mir passt. Wenn das gerade dein Problem ist und du dich da gefühlt nur im Kreis drehst, dann ist die heutige Folge super spannend für dich, denn wir werden mal besprechen, wie du mit Hilfe von KI, mit Hilfe von zum Beispiel ChatGPT die passende Berufsidee für dich finden kannst. Wir schauen uns ganz genau an, was du tun kannst, wie du das Ganze verwendest, worauf du achten musst und wie du die Ideen, die dabei rauskommen, wirklich geil pimpen kannst, sodass die am Ende auch wirklich zu dir passen. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zum One Life Baby Podcast. Mein Name ist Dirk Wilhelm und ich zeige dir hier, wie du eine sinnvolle und erfüllende Arbeit für dich findest. Eine Arbeit, die dich begeistert, in der du dein Potenzial entfalten kannst und die dir erlaubt, authentisch du selbst zu sein, sodass du gut davon leben kannst, etwas zu tun, was auch wirklich zu dir passt. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge wird es richtig abgehen. Ich bin super excited, denn dieses Thema, was wir uns heute anschauen, das ist noch relativ frisch. Also nicht die Berufsideensuche an sich. Das ist ja mein Brot und Butter. Ich helfe seit vielen Jahren Menschen genau bei dieser Sache. Aber was ich immer wieder erlebe ist, dass die Ideensuche extrem frustrierend sein kann. Und wenn du hier eingeschaltet hast, dann ist das wahrscheinlich genau das Thema, was du auch hast. Ich erlebe immer wieder, dass wir entweder keinen Plan haben, wie man an gute Ideen rankommen kann. Und selbst wenn man da gute Methoden kennt, so wie ich das all die Jahre jetzt immer wieder mehr gesammelt habe, erlebe ich auch hier immer wieder, dass meine Kunden teilweise mit den Methoden, die ich ihnen da so zeige, dann doch ins Wanken geraten und da ihre Schwierigkeiten haben. Weil man da halt seinen eigenen Kopf doch noch ein ganzes Stück anstrengen muss. Und dann sitzen die Leute oft da und haben das Gefühl, ey, scheiße, es gibt einfach nichts für mich. Und vielleicht kommt dir das irgendwie bekannt vor, dass du da sitzt, bist unzufrieden in deinem aktuellen Job und denkst so, ey, vielleicht bin ich ja irgendwie ein ganz spezieller Fall. Vielleicht gibt es einfach nichts, was zu mir und meinen Bedürfnissen passt. Vielleicht bin ich zu anspruchsvoll. Vielleicht bin ich ein Sonderfall. Und das ist natürlich total demoralisierend. Und jetzt habe ich aber dank einer Kundin dieses Jahr eine ganz neue Herangehensweise kennengelernt. Und zwar, wie es der Titel ja schon gesagt hat, werden wir uns heute mal anschauen, wie man mit künstlicher Intelligenz dabei helfen lassen kann, richtig stimmige, tolle, passende Berufsideen für sich brainstormen zu lassen. Und das ist ein super Startpunkt. Und ich habe damit schon ganz, ganz tolle Erfahrungen jetzt gemacht. Also es war wirklich so, dass eine Kundin von mir zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, ich habe das mal gemacht. Ich habe die Ergebnisse, die ich hier über mich so durch deine Hilfe rausgefunden habe, was mir alles wichtig ist und was mich ausmacht. Damit habe ich mal ChatGPT gefüttert. Und da kamen echt gute Ideen dabei raus. Und ich habe das Ganze seitdem noch ein bisschen weiter gesponnen, habe mich viel damit beschäftigt, wie man wirklich gute Informationen aus der KI rausgekitzelt bekommt. Und das will ich heute alles mit dir teilen. Ich habe seitdem schon sehr, sehr coole Testergebnisse eingefahren. Zum Beispiel haben wir hier einen O-Ton von einer ehemaligen Kundin. Sie hat noch ihre Traumjob-Idee auf dem klassischen Weg gefunden, indem sie ihren eigenen Kopf angestrengt hat. Aber sie hat gesagt, Mensch, als ich diese Methode mit ihr geteilt habe, hat sie gesagt, krass, das probiere ich jetzt mal aus. Und sie hat alle Informationen, die wir gleich besprechen werden, mal in ChatGPT reingefüttert und hat dann Folgendes gesagt. Ich habe das jetzt ausprobiert und tatsächlich hat ChatGPT ins Schwarze getroffen. Basierend auf meinen Antworten zu meinen Bedürfnissen und Wünschen und so weiter, wurde mir auf Platz 1 mein jetziger Traumberuf vorgeschlagen. Ich bin also an der richtigen Stelle angekommen und auch unter den vorgeschlagenen Top 10 waren einige meiner Favoriten aus dem Brainstorming mit dabei. Ich kann diesen Tipp also absolut weiterempfehlen. Das fand ich sehr spannend. Sie hat gar nicht mehr nach einer passenden Idee gesucht, sondern wollte einfach mal gucken, rückwärts gespielt, ob ChatGPT ihr am Ende die Idee ausspuckt, in der sie heute seit über einem Jahr schon super glücklich ist. Und davon haben wir jetzt schon mehrere Fälle, dass das den Leuten geholfen hat. Und jetzt möchte ich gerne mit dir mal teilen, was wir in der Zeit schon alles so rausgefunden haben. Okay. Als erstes, wenn wir jetzt rein starten, ist es wichtig, bevor man irgendwie zu einer künstlichen Intelligenz rennt und sich da erhofft, tolle Antworten rauszubekommen, ist es wichtig zu wissen, dass die nur begrenzt helfen können, wenn du nicht gute Informationen ihnen bietest. Und in deinem Fall, wenn du der KI wertvolle Antworten, die zu dir passen, entlocken willst, dann musst du ihr hochwertige Informationen über dich geben können. Und deswegen ist der erste Schritt, den ich dir ans Herz legen würde, bevor du irgendeine KI konsultierst, dass du erst mal alle wichtigen Informationen über dich sammelst. Und je mehr Informationen du da hast, umso besser. Und vor allen Dingen würde ich dir nochmal ins Herz legen, dass du einmal schaust, was sind denn so allgemeine Informationen, wie zum Beispiel, worin bin ich natürlich gut? Was sind meine Stärken? Habe ich irgendwelche Charakterzüge oder irgendwelche Tätigkeitsstärken? Kann ich irgendwelche Dinge von Natur aus gut, weil ich das einfach drauf habe? Was sind meine Werte? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was sind meine Interessen oder Leidenschaften? Was sind so meine Lebensträume? Was will ich alles sehen, tun, erleben in meinem Leben? Und was sind so Menschen, mit denen ich mich am liebsten umgebe? Das ist nochmal so ein Beispiel, was so erst mal ganz allgemeine Informationen über dich angehen könnte. Wenn du die ChatGPT nennen kannst und da dann sagst, hey, das sind meine Top-Stärken, Top-Interessen, Top-Werte und so weiter, dann hast du schon mal eine viel bessere Chance, dass da am Ende was Wertvolles bei für dich auch rauskommt. Das Zweite, was du auch über dich sammeln darfst, sind berufsspezifische Informationen. Also was sind deine konkreten Bedürfnisse, die ein Job unbedingt erfüllen muss? Was sind deine Top-Kriterien, die der Job erfüllen muss? Die musst du kennen. Das sage ich ja in jeder Folge immer wieder. Das ist das Brot und Butter, das ist das Wichtigste und das A und O, was wir brauchen, um die Spreu vom Weizen zu trennen, um tolle Ideen für uns finden zu können oder dass die KI tolle Ideen für uns finden kann. Und es ist auch super wichtig, um dann halt die Ideen später auch gut überprüfen zu können, ob sie nicht nur auf dem Bildschirm gut aussehen oder in unserem Kopf sich gut anhören, sondern ob sie auch wirklich zu uns passen. Deswegen nochmal hier der Hinweis, wenn du gerade sagst, ja, ich weiß gar nicht, was mir wirklich am allerwichtigsten ist, was meine Top-5 Bedürfnisse sind, die mein Beruf, mein Traumjob mitbringen soll, dann empfehle ich dir hier nochmal meinen kostenlosen Videokurs, den Berufungskompass. Den Link findest du in den Shownotes, ganz oben gleich, direkt in den Beschreibungstexten. Das ist ein Kurs, der enthält drei Videos und drei Übungen und innerhalb von ein bis zwei Stunden hast du absolute Klarheit, was deine wichtigsten Bedürfnisse im Berufsleben sein sollten. Oder nicht sein sollten, sondern sind. Und das ist sehr, sehr wertvoll, wenn du diese konkreten Informationen, die ein Beruf mitbringen soll, dann eben auch im nächsten Schritt der künstlichen Intelligenz zur Verfügung stellst. So, das ist der erste Schritt, dass wir erstmal alle wichtigen Informationen oder so viel wie möglich über dich sammeln. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir zur KI gehen und da versuchen, mit diesen Informationen jetzt tolle Ergebnisse rauszuholen. Und vielleicht hast du schon erstmal irgendwelche Erfahrungswerte gesammelt mit ChatGPT. Es ist ja in den letzten, seit 2023 ein sehr großes Thema gewesen, aber mir wird immer wieder klar, dass nicht jeder sich da so gut auskennt. Ich habe einfach, weil ich neugierig bin, ganz viel schon experimentiert und sehr, sehr viele Prozesse in meiner Selbstständigkeit dank künstlicher Intelligenz mir helfen lassen. Also zum Beispiel jede Podcast-Folge, die ich hier so aufnehme, die Titel, die ich da schreibe oder den Beschreibungstext, da lasse ich mir helfen, sodass ich da halt mit der KI in den Austausch gehe und gucke, wie könnte ich einen besseren Titel finden, wie könnte ich vielleicht auch für die Folge, habe ich nochmal gesagt, hey, ich will gerne folgende Punkte besprechen. Was denkst du? Passt das? Gibt es irgendwas, was ich noch vergessen habe? Dadurch kamen nochmal ein paar tolle Inputs dazu. So lasse ich sozusagen mir helfen und unter die Arme greifen und habe ganz viele Anwendungsfälle schon gefunden, wo ich ChatGPT für mich nutze und habe dadurch auch ganz klar die Limitierung sehr schnell zu spüren bekommen. Also es ist nicht so, dass du das Ding einfach nur fütterst und sagst, mach mal und dann kommen da tolle Sachen raus, sondern es steht und fällt mit einem guten Prompt, also mit der Anforderung, die du der KI gibst. Das ist, du kannst dir im Grunde vorstellen, das ist wie dein digitaler Assistent und der Assistent ist nicht vom Fach, der hat keine Ahnung. Aber wenn du ihm ganz klar sagst, was du möchtest und worauf er acht geben soll, dann kann er ganz toll dir richtig tolle Ergebnisse geben. Aber es ist sozusagen ganz entscheidend, was wir von der KI fordern oder was wir ihr mitgeben. Also als erstes kannst du dir mal dein gewünschtes KI-Tool auswählen. Ich rede hier immer von ChatGPT, weil ich nur damit Erfahrungen gemacht habe. Es gibt natürlich auch noch andere. Das kannst du ja für dich ausprobieren. Ich denke, dass es am Ende nimmt sich das wahrscheinlich nicht viel. So und jetzt tauchen wir da rein und gucken mal, was wir machen können. Und also so ein gutes Prompt, so eine gute Anforderung ist, dass du als erstes eine Sache, die ich immer gerne mache, ist, dass ich den Text einleite mit, stell dir mal vor, du bist ein Profi-Job-Coach oder Profi-Berufsberater. Je nachdem, was ich für eine Anfrage an die KI habe, ändert sich das auch. Aber in unserem Fall sage ich sozusagen, stell dir mal vor, du bist hier Profi. Und als nächstes formuliere ich das Ziel, was ich erreichen will. Ich werde auch in den Shownotes ein Prompt, was ich entworfen habe, was sehr gute und was über die Zeit jetzt schon sehr gute Ergebnisse hervorgebracht hat, werde ich dir mit reingeben. Dann kannst du im Grunde diesen Text auch einfach kopieren und bei ChatGPT einfügen und dann nur noch deine persönlichen Kriterien, deine Werte und deine Stärken und deine Interessen einfügen. Und dann kriegst du in einem sehr geilen Format die Ergebnisse am Ende ausgespuckt. Aber hier ist jetzt, also zum Beispiel geht der Text dann so los. Ich möchte mich beruflich neu orientieren und brauche Hilfe bei der Suche nach passenden Berufsideen. Hier sind einige wichtige Informationen über mich. So, am Anfang habe ich noch vorher stehen, stell dir vor, du bist hier Profi und dann kommt sozusagen die Aufforderung. Und dann die Zielformulierung, brainstorme jetzt zehn Berufsideen, die zu mir passen und hier sind meine Persönlichkeitsmerkmale. Und du wirst staunen, in dem Moment, wo du Enter drückst, geht es auch schon los und die KI spuckt dir da erste Ideen aus. So wie ich den Prompt jetzt hier designt habe, sind es dann am Ende zehn Ideen und die sind dann gesortiert einmal nach Berufsbezeichnung, dann eine Begründung, warum dieser Beruf zu dir passt und dann Arbeitsumfeld, mögliche Arbeitsumfelder für diesen Beruf. So habe ich das mittlerweile strukturiert und das ist richtig cool. Wie gesagt, du findest den Prompt unten in der Beschreibung und das kannst du ausprobieren. Und was du dabei erleben wirst, ist, dass da einige Sachen dabei sind, die du schon mal auf dem Schirm hattest. Andere, wo du denkst, also das sehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Und dann wieder Sachen, wo du denkst, wow, das ist ja schon mal richtig cool. Hier kannst du jetzt wirklich erst mal das als Brainstorm-Hilfe nutzen, um zu gucken, ist da was dabei, was mich richtig doll anlacht. Und jetzt kann es sein, dass wir noch ein paar Korrekturschleifen drehen müssen. Wenn du merkst, dass die Ergebnisse von der KI wichtige Bedürfnisse von dir nicht berücksichtigt hat, dann kannst du hier auch nochmal eine Korrekturschleife drehen. Das ist das Verrückte bei den Chat-GPT und so weiter, den ganzen KI-Tools. Du kannst wirklich, also ich würde dann, wenn ich jetzt sehe, Mensch, ich habe eigentlich ein Interesse angegeben, dass ich ein großes Interesse an Hunden habe. Und jetzt ist das da gar nicht mit aufgeführt worden. Dann kann ich zum Beispiel einfach drunter schreiben, hey, danke für die Ergebnisse. Aber bitte berücksichtige mal mein Interesse für Hunde nochmal stärker. Dann drücke ich Enter und dann schickt der mir wieder neue Vorschläge zu diesem konkreten Punkt, den nochmal mehr in den Vordergrund zu rücken. Genauso kann es sein, dass dann da lauter Ideen stehen, die dich nicht ansprechen, weil du vielleicht dich selbstständig machen willst. Oder weil du eigentlich ins Angestelltenverhältnis willst und nicht in die Selbstständigkeit. Und dann könntest du eben auch da sagen, hey, bitte berücksichtige, dass ich lieber im Angestelltenverhältnis arbeiten will. Oder dass ich lieber als Selbstständiger arbeiten will. Oder du könntest sagen, danke, die Ergebnisse sind schon mal sehr spannend, aber welche Berufe könnte ich jetzt in dem Bereich XY finden, ohne dass ich mich zwingend selbstständig machen muss. Weil das haben wir ganz oft, dass Kunden von mir sagen, Mensch, ich habe jetzt hier die Idee, zum Beispiel, weiß ich nicht, Coach zu werden. Finde ich klasse. Ich würde gerne als Coach arbeiten, aber ich fühle mich nicht so sicher. Ich will eigentlich nicht unbedingt in die Selbstständigkeit. Und so könnte man es dann machen, dass man dann halt da nochmal eine Nachfrage, eine Feedback-Loop macht und fragt, welche Berufe könnten in dem Bereich Coaching zu finden sein, ohne dass ich mich da selbstständig machen muss. Was gibt es denn da für potenzielle Arbeitgeber? Also wir können das wirklich nutzen, um gemeinsam hier zu brainstormen. Das ist das eine, dass halt irgendwelche Korrekturschleifen notwendig sind. Jetzt kann es aber auch sein, dass da Ergebnisse stehen, die dir schon richtig gut gefallen. Und da können wir auch jetzt noch tiefer gehen und eine Vertiefungsschleife drehen. Also hier können wir jetzt zum Beispiel, wenn dir Idee Nummer drei, die da ausgespuckt wird, sehr gut gefällt, dann kannst du auch da nochmal tiefer reingehen und sagen, hey, Nummer drei gefällt mir richtig gut. Bitte gib mir dazu mal noch weitere Ideen oder Berufsideen, die hier auch passen könnten, die ähnlich sind oder vergleichbar. Das wäre eine Möglichkeit, da tiefer reinzugehen. Oder manchmal hat man das Gefühl, dass man die Idee eigentlich richtig geil findet, wenn es nicht dieses eine Ja-Aber gäbe, dieses eine Problem oder dieses eine Bedenken. Ich habe ja schon ganz oft dieses Beispiel gebracht, dass ich mal einen Kunden hatte, der ursprünglich die Idee Psychotherapeut toll fand. Und dann ist ihm aber beim näheren Anschauen so aufgefallen, ich will eigentlich eher mit positiven Menschen zusammenarbeiten und gar nicht so diese schweren Themen auf dem Tisch haben. Und damals hat er dann mit meiner Hilfe eine Idee am Ende gefunden, also die Idee mehr Recycle zu einer Idee, die zu ihm passt. Es war dann nicht mehr Psychotherapeut, aber das können wir auch Chat-GPT machen lassen, indem man zum Beispiel dann sagt, hey, die Idee Psychotherapeut gefällt mir eigentlich richtig gut, aber meine Sorge ist, dass ich da oder mein Bedürfnis ist, mit positiven Menschen zusammenzuarbeiten und ein positives Lebensgefühl zu haben, auch bei meiner Arbeit. Welche Ideen passen da vielleicht besser? So können wir wirklich wie so ein Gesprächspartner das Ganze hin und her machen. So, das ist jetzt erstmal, wenn dann Ideen ausgespuckt wurden. Und jetzt habe ich noch ein paar Bonus-Tipps für dich für weitere richtig gute Hinweise, also weitere Prompts, die wir Chat-GPT geben können. Ich habe da ein paar für mich selber schon rausgefunden. Mit denen fangen wir mal an. Und dann habe ich auch Chat-GPT tatsächlich gefragt, was sie noch oder er oder es noch für Vorschläge hat, was man da auch noch so fragen könnte, um noch tollere, bessere, passendere Ideen rauszufinden. Eine Sache, die du machen kannst, ist, wenn du jetzt mit den Ergebnissen, die dir da ausgespuckt werden, noch nicht ganz zufrieden bist, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich liste mal meine absoluten No-Gos auf. Also, wenn du jetzt deine Liste da hast mit deinen ganzen Bedürfnissen und deinen Wegweisern, deinen Werten, Interessen und so weiter, dass du mal zusätzlich noch überlegst, in all meinen Jobsituationen, wo ich schon war, was waren richtig beschissen. Und das fülle ich alles mal, schreibe ich mal auf und gebe das mit rein und sage, hey, hier sind Sachen, die gehen für mich absolut nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf Nachtschichten. Ich habe keinen Bock mehr auf ein Team, was kein Teamfeeling hat, sondern wo man immer nur gegeneinander arbeitet und so weiter. Kannst du mir dazu jetzt noch mal passende Ideen rausgeben? Das ist der erste Bonustipp. Der zweite, was du auch mal probieren kannst, ist, wenn wir diesen Prompt nehmen, den ich dir hier mit in die Shownotes packe, dann könnte es sein, dass ChatGPT versucht, mehrere Interessen oder mehrere Tätigkeiten in einer Idee zu kombinieren. Und das ist aber gar nicht notwendig, um wirklich gute, passende Berufsideen für sich zu finden. Und deswegen kannst du gerne auch mal noch die Hinweisinformationen mit reingeben. Hey, ChatGPT, es reicht, wenn du jeweils ein Interesse und eine Stärke in einer Idee miteinander verwebst. Also, dass ein Interesse und eine Stärke Berücksichtigung finden. Und dann gib mir doch mal bitte darauf basierend jetzt nochmal neue Ideen. Ein dritter Tipp, was du auch mal ausprobieren kannst, ist, dass du ChatGPT Fragen stellst. Wir können nicht nur Hinweise geben, was wir wollen, sondern du kannst auch Fragen stellen. Und das ist super mächtig. Du kannst sagen, hey, ChatGPT, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen. Welche Informationen bräuchtest du noch, damit wir passendere Ideen rausfinden können für mich? Und dann schickst du das ab und dann wird dir ChatGPT ganz genau sagen, welche Informationen noch fehlen könnten. Und dann kannst du diese Informationen zusammensammeln, mit reingeben und dann dir wieder basierend auf diesen Informationen neue Vorschläge geben lassen. Das sind die drei Bonustipps von mir. Und ChatGPT, da habe ich mehrere Sachen noch gefunden, was es mir selber ausgespuckt hat. Und die will ich auch gerne nochmal mit dir teilen. Ich habe nämlich ChatGPT mal gefragt, was könnte man noch dir für Fragen stellen oder welche Fragen könnte man dir stellen, dass man nochmal ganz neue Berufsideen findet, die so bisher durch die anderen Fragen nicht rausgekommen sind. Und da sind unter anderem folgende Fragen oder Prompts bei rausgekommen. Auch die packe ich alle in die Shownotes. Die erste, die es mir ausgespuckt hat, war, welche Berufe könnten meine Interessen und Werte auf unerwartete Weise kombinieren? Sehr geil. Damit geben wir den Hinweis, dass mal nochmal ein anderer Blickwinkel. Kannst du mal nochmal Ideen finden, die diese Werte und Interessen auf unerwartete Weise kombinieren? Und das könntest du natürlich auch austauschen mit Stärken und Interessen oder Lebensträume und so weiter. So, zweiter Vorschlag für einen geilen Prompt, der neue Ideen zum Vorschein bringen kann. Richtig geile Frage, hatte ich so noch nie auf dem Schirm, finde ich aber sehr spannend, gerade dann, wenn du wirklich jemand bist, der einen ganz klaren, großen Lebenstraum hat, den er in den Mittelpunkt stellt. Und dann könnten dadurch nochmal ganz neue Ideen zum Vorschein kommen. Dritter Vorschlag, welche ungewöhnlichen oder wenig bekannten Berufe könnten zu meinem Profil passen, die vielleicht in speziellen Nischen oder aufkommenden Branchen gefragt sind? Richtig geil. Da könnte vielleicht auch nochmal was ganz Neues zum Vorschein kommen. Und der letzte Vorschlag, den ich hier mit reingenommen habe, ist folgender. Wie könnte ich meine Top 5 Stärken und Werte auf eine Weise einsetzen, dass ich nicht nur in einem Berufsfeld bleibe, in einem Berufsfeld bleibe, sondern ein Portfolio an Aktivitäten aufbaue, die alle Aspekte abdecken? Richtig geil. Das ist ja auch ein Konzept, was ich immer wieder auch predige, dass es gut möglich sein kann, dass wir eben nicht nur in einem Beruf unsere Erfüllung finden, sondern dass wir uns eine Portfolio-Karriere aufbauen. Dass wir eben sagen, hey, ich will gern die eine Berufstätigkeit 50-50 mit der anderen ausgleichen, um da mit mehreren Bedürfnissen gerecht werden zu können. Und dabei kann uns auch ChatGPT helfen. Das sind richtig coole, teilweise erprobte, die Vorschläge von ChatGPT, die letzten vier Fragen, die sind noch nicht erprobt. Da habe ich noch keine praktische Erfahrung. Aber alle anderen, die haben wir schon eingesetzt und die haben schon geile Ergebnisse zum Vorschein gebracht. Und ich habe aber das Gefühl, diese Fragen, die ich jetzt am Ende noch mit aufgelistet habe, die können nochmal auch richtig coole Ergebnisse hervorbringen. Und wenn du weitere Fragen an ChatGPT gestellt hast, die ich hier noch nicht habe, dann teile die gerne mit mir. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Generell, Feedback ist immer erwünscht. Du kannst mir gerne auf Instagram einfach eine persönliche Nachricht schreiben und da diese Fragen mal rüberschicken. Oder wenn du generell noch andere Fragen zum Berufsfindungs- und Verwirklichungsthema hast, dann kannst du da auch Kontakt mit mir aufnehmen. Dann kann ich da gerne mal eine neue Podcast-Folge zu machen, dass der Weg ein einfacher, wie du auf jeden Fall direkt mich wissen lassen kannst, welche Themen hier in dem Podcast noch mit einfließen dürfen. Außerdem will ich nochmal den Hinweis geben, nutze ich den Instagram-Account jetzt verstärkt, um kleine Kniffe oder mal kurze Hinweise zu teilen, die ich im Alltag beobachte und merke und auf kurze und kurzweilige Art und Weise teile ich da in kleinen Videoclips und manchmal auch Beiträgen wertvolle Inhalte zum ganzen Berufsverwirklichungs- und Findungsthema. Also das kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Ist sehr empfehlenswert aus meiner Sicht. Und genau, damit sind wir eigentlich am Ende von der Folge. Also was du hier jetzt im Grunde gelernt hast, ist, wie du ein Brainstorming für neue Ideen generieren kannst. Und gib nicht gleich auf, wenn die Ergebnisse nicht gleich passen. Stell einfach immer wieder Fragen. Manchmal muss man wirklich ein bisschen nachbohren oder nochmal konkretere Hinweise geben. Und das ist natürlich dann nur der Anfang. Das ist im Grunde wie ein großes, offenes Brainstorming. Und mit diesen Ideen können wir dann mal schauen, welche davon einen wirklich anspricht und dann in die nächste Phase übergehen, dass wir die Idee nicht gleich verwirklichen, sondern erstmal testen oder überprüfen. Dass wir gucken, ist es jetzt wirklich so, dass es zu mir passt? Weil nur, weil wir da jetzt erstmal uns vorstellen, dass das ja alles richtig geil sein könnte, würde ich jetzt nicht empfehlen, dann eine riesen lebensverändernde Entscheidung basierend auf so einem Test oder so einem Vorgang hier, so einem Brainstorming-Vorgang darauf basierend alleine, sondern dann, aber dazu gibt es andere Podcast-Folgen, wo wir da näher drauf eingehen, wie man das genau machen kann, wie man auf schnellsten Wege überprüfen kann, was wichtig ist, ob das auch wirklich erfüllt ist in dem Job oder bei dem Traumarbeitgeber, potenziellen Traumarbeitgeber, sodass man eben nicht wieder am Ende Sorge haben muss, was ist, wenn es dann doch wieder nicht ganz passt. Genau. Also, nochmal zusammengefasst, was haben wir heute hier besprochen und gelernt? Du kannst KIs für dich nutzen und als erstes ist es wichtig, dass du wichtige Informationen, die dich ausmachen und dich abheben von anderen, was sind deine Stärkeninteressen und so weiter, alles über dich sammelst, damit du dann diese Informationen, damit die KI füttern kannst und dann mit ein paar wertvollen Fragen, die wir hier alle besprochen haben und die ich auch unten aufgelistet habe, nochmal die Ideen feinschleifen kannst oder vertiefen kannst und am Ende dadurch auf jeden Fall eine große Liste an potenziellen Gewinnerideen sammeln kannst. Okay, ich bin gespannt, wie dir das hilft. Ich würde mich super freuen, wenn du mich wissen lässt, dass dadurch vielleicht ganz, ganz klasse Ideen bei dir rausgekommen sind und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Freude dabei, das Ganze auszuprobieren. Du findest alles Besprochene in den Shownotes, sodass du da gar nicht lange suchen musst und es gleich mal damit erstmal testen kannst. Also viel Erfolg dabei, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Übrigens, wenn du diese Audionachrichten gerne hörst und die dir weiterhelfen, dann musst du unbedingt mal Traumberuf finden auschecken. Das ist mein Premium-Programm, in dem wir diese ganzen Konzepte im Tiefgang Schritt für Schritt durchlaufen und dir dabei helfen, endlich die Arbeit zu finden, die dich so wirklich erfüllt. Wenn sich das interessant für dich anhört, dann check das mal aus auf www.onelifebaby.com Schrägstrich Traumberuf-finden Dort findest du alle weiteren Informationen und kannst dich direkt anmelden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich in Traumberuf finden begrüßen dürfte. Also wir sehen uns dort, mach's gut, bis dann. Bis zum nächsten Mal.